Hallo bei Learning Level Up. Unser Thema ist die Diffusion. Als Diffusion bezeichnet man das selbstständige Durchmischen von Teilchen verschiedener Stoffe zum Ausgleich von Konzentrationsunterschieden. Bei diesen Teilchen kann es sich um Atome, Moleküle, Ladungsträger oder auch um freie Neutronen handeln. Die Teilchen aller Stoffe sind durch thermische Energie in ungeordneter ständiger Bewegung. Diese ungeordnete ständige Bewegung entdeckte und beschrieb 1827 Robert Braun. Durch diese zufälligen ständigen Bewegungen stoßen aus allen Richtungen die Teilchen zusammen und bewegen sich zufällig, mal in die eine und mal in die andere Richtung. Bei ungleichmäßiger Verteilung, also bei einem Konzentrationsgefälle, bewegen sich mehr Teilchen aus Bereichen mit hoher Konzentration in Bereiche mit geringerer Konzentration. Das geschieht, weil Teilchen das Bestreben haben, sich in einem abgegrenzten Raum gleichmäßig zu verteilen. Es kommt zum vollständigen Durchmischen der Wasser- und Zuckerteilchen mit der Zeit. Auch wenn es zur völligen Durchmischung der Teilchen gekommen ist, läuft die Diffusion weiter ab. Äußere Einflüsse wie die Temperatur- oder Druckänderungen können die Geschwindigkeit der Diffusion beeinflussen. Die Diffusion tritt bei Gasen, Lösungen oder mischbaren Flüssigkeiten, aber auch bei Feststoffen auf. Das Wichtigste noch einmal kurz und knapp zusammengefasst. Als Diffusion bezeichnet man das Selbstständige durch Mischen von Teilchen verschiedener Stoffe zum Ausgleich von Konzentrationsunterschieden. Wenn ihr weitere Informationen benötigt, auch zu anderen Themen, dann schaut doch in unsere Physik-Playlist. All unsere Lernvideos könnt ihr übersichtlich abrufen unter folgendem Link. Also bis gleich bei Learning Level Up! Wenn Sie in die Linke verstecking sind, dann hat man sicher sein. Best๋иваем... Bestop! Bestop! Besto! Bestop! Bestop! Bestop!